Nein, danke. Ist nicht mein Ding. Du verpasst echt eine Menge Spaß. Nach drei oder vier Bier sieht die Welt völlig anders aus. Hi. Hi, ich bin Matt. Jodie, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar, wirst du bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit. Deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit zwei Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Auf der Basis. Ich war immer dort. Ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe, so oft ich kann. Und ich spiel in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Nichts Spezielles. Was? Ich lese viel. Langweilig. Nicht mal. Kann ich... Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Also ich... Ich... Ich hab... Eine Gabe... Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt... Völlig verrückt, aber... Es ist eine Art... Wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Es ist jetzt... Es ist jetzt da? Ja. Ja, er hört uns gerade zu. Was langsames. Was langsames. Willst du mit mir tanzen? Gern. Au. Sorry, ich glaub tanzen ist nicht wirklich unser Ding, oder? Ist okay. Weißt du... Bestimmt hörst du das ständig dran. Ist echt hübsch, weißt du? Du siehst auch nicht gerade schlecht aus. Ist nicht wie die andere, nicht? Nein. Ist was wirklich Besonderes an mir. Ich finde, du bist auch Besonderes. Ja. Ich bin nochmal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Leute, Leute, warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Klasse Idee. Los mit der Knaller. Ach, vergesst es.